Ihr habt es euch gewünscht, eine astrologische Analyse von zwei Personen, die eine wichtige Rolle gerade im Weltgeschehen spielen, die in der Öffentlichkeit im Rampenlicht stehen. Das ist der Machtführer von Russland, Putin, und ebenso der Machtführer der Ukraine, Zelensky. Und um beide und ihre Persönlichkeit besser zu verstehen und ebenso auch, wie die aktuellen Energien eventuell ihre Handlungen entscheiden werden und auch wie beide energetisch miteinander verbunden sind, dazu heute mehr. Wir beginnen jetzt mit einer kleinen Analyse des Geburtscharts von Zelensky und von Putin. Wir schauen uns die Hauptaspekte an und dann gehen wir vor allem in die aktuelle Transite, weil dort wird es spannend, was sich dort gerade entwickelt und vor allem, wie sich diese Entwicklung vielleicht auf die Zukunft der beiden auswirken, wird ebenso natürlich auch auf die Geschehnisse des Krieges und auf die ganze Weltbevölkerung mehr oder weniger. Und ich blende hier gleich das Chart ein von Zelensky. Ich habe es hier geöffnet, hier mit meinem Laptop, ich zeige es euch mal ganz kurz. Und deswegen schaue ich ein bisschen in die Richtung, weil ich dort alle Daten finde. Und in diesem Chart, diesem vedischen Astrologie-Chart, das sieht anders aus als das, was ihr vielleicht kennt von der westlichen Astrologie, wo ihr oftmals das in der runden Form habt. Wir haben das in zwölf Rechtecken, wie ihr dort seht, jedes Rechteck steht für ein Haus, steht für eines der zwölf Tierkreiszeichen. Und die einzelnen Tierkreiszeichen sind in diesem Chart fest. Das bedeutet, links oben beginnen wir immer mit Fische, dann kommt der Witter, dann Stier, dann die Zwillinge. Und die einzelnen Häuser, das bestimmt der Aszendent. Der Aszendent ist der Planet, der während unserer Geburt am Horizont aufgeht. Der ist in der vedischen Astrologie ausschlaggebend für die ganze Interpretation des Chartes. Und dort, wo der Aszendent aufgeht, das ist das erste Haus. Das bedeutet also, diese Felder sind immer alle gleich, beginnt immer links oben mit dem Zeichen Fische. Aber wo das erste Haus ist, das bestimmt der Aszendent. Die vedische Astrologie ist ganz anders aufgebaut als die westliche Astrologie, die sich vor allem an der Sonne orientiert. Was dein Tierkreiszeichen wird bestimmt in dem Monat, wo die Sonne in diesem Tierkreiszeichen steht. Das bestimmt, ob du Witter bist oder ob du Steinbock bist. Und in der vedischen Astrologie spielt die Sonne in diesem Sinne keine so große Rolle, sondern der Aszendent. Deswegen ist es für uns relativ wichtig, dass wir das richtige Geburtsdatum haben. Weil alle zweieinhalb Stunden wechselt der Aszendent, der Planet, der am Horizont erscheint. Und deswegen brauchen wir eine relativ genaue Uhrzeit. Manchmal haben wir die nicht, aber wir können die ganze Interpretation auch vom Mond aus machen. Und wenn dann große Übereinstimmungen da sind zwischen der Interpretation, wenn ich sage, der Mond ist das erste Haus aus den Aszendenten. Und dem Aszendenten, den ich habe, wenn dort große Übereinstimmungen da sind, dann weiß ich, ich liege richtig. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir bei Oldimir Zelensky richtig liegen. Auch wenn wir als Geburtszeit 14 Uhr haben und es vielleicht 14.04 Uhr war oder wer weiß es so ganz genau. Ja, wir beginnen und zwar hat Volodymyr Zelensky seinen Aszendent, seinen aufsteigenden Planeten zu seiner Geburt im Zeichen Stier und zwar die Venus. Und was ganz, ganz interessant ist, ist, dass nicht nur Zelensky seinen Aszendenten, der Herrscher des Planeten, die Venus ist, sondern ebenso auch bei Putin. Putin ist zwar geboren mit Aszendent in der Waage, aber auch er hat den gleichen Planeten, den gleichen Herrscher und der Herrscher bestimmt im Grunde auch das ganze Chart Venus. Selensky und Putin haben die Venus und die Venus ist eigentlich der Planet, der für die Liebe steht, für die Verbindung steht, für die Schönheit steht, für die Kreativität steht. Ganz, ganz interessant. Und wie gesagt, Zelensky hat diese Venus im Stier, Aszendent Stier und das bedeutet vor allem, diese Schönheit und diese Liebe in die Welt zu tragen, in der Welt zu erfahren, in der Welt zu entdecken, das Leben zu genießen. Und Putin hat die Venus im Zeichen Waage und da geht es um Friede, da geht es um diese höheren Aspekte der Venus sozusagen, sie zu leben. Also ganz, ganz schön spannend, weil beide ja irgendwo nicht wirklich momentan zumindest diese Venus-Energie wirklich manifestieren sozusagen. Oder wie auch immer man das sieht. Ja, dann gehen wir weiter. Wenn wir hier beginnen, dann schauen wir, wo steht denn die Venus? Wenn der Herrscherplanet die Venus ist, sie ist nicht im ersten Haus, im Stier, sondern die Venus ist im neunten Haus und dort zusammen mit der Sonne. Und das neunte Haus steht für das Rechtssystem, steht für die Gesetze, steht auch für die Spiritualität, steht für eine höhere Bildung, steht für einen gewissen Grad an Reife, den wir erreicht haben. Und dort finden wir seine Venus und die Venus zusammen mit der Sonne. Und Venus und Sonne, die Sonne hat eine ganz extreme Kraft. Das wissen wir selber, wir können mit den Augen nicht in die Sonne, in Sonnenlicht schauen. Und so ist es auch, wenn zwei Planeten relativ eng beieinander stehen. Und die Sonne mit ihrer Strahlkraft, die verbrennt im Grunde den anderen Planet und das ist die Venus. Und das bedeutet auch, die Venus steht übrigens für die Ehefrau, steht für die Partnerin, dass dort eventuell auf der Beziehungsebene Probleme da sein könnten. Dann schauen wir, wo ist denn Saturn, weil das neunte Haus wird normal vom Herrscher Saturn regiert. Und Saturn ist für Selensky ein ganz, ganz guter Planet. Ich möchte gar nicht näher darauf eingehen, sonst wird es vielleicht zu umfangreich. Aber Saturn ist für ihn ein Planet mit großem, der sehr, sehr kraftvoll in seinem Chart sich zum Ausdruck bringt. Und Saturn ist im vierten Haus und das vierte Haus steht für das Zuhause, auch für die Mutter und steht natürlich auch für das Land. Und das bedeutet, die Venus, sein Herrscher des Charts, der im neunten Haus steht, wo es um Gesetze geht, und in Verbindung mit Saturn, der das Thema der Länder und das Zuhause mitbringt, bedeutet das, dass es in seinem Leben eben ganz stark darum geht, um das eigene Land, um das Zuhause und ebenso um Recht und Gesetz. Und da ist er ja sozusagen an der richtigen Stelle. Ich möchte noch auf zwei, drei Aspekte hier eingehen. Wie gesagt, auf alles, das wird viel zu umfangreich. Er hat seinen Mars und seinen Mond im dritten Haus zusammenstehen. Und wenn Mars und Mond zusammenstehen, die sind auch eine ganz starke Kombination, eine Konjunktion im gleichen Haus. In der vedischen Astrologie ist eine Konjunktion immer, wenn zwei Planeten im gleichen Haus da sind. Und das nennt sich ein Chandra-Mangala-Yoga, Chandra für Mond, Mangala für Mars. Und das weist auf ein großes Potenzial hin, das er auch im Bereich seines Business hat, seines Geschäftes, geschäftlicher Erfolg. Darauf deutet das hin. Dann haben wir seinen Jupiter im zweiten Haus. Und das zweite Haus, da geht es vor allem um Fülle, um finanziellen Erfolg. Und mit Jupiter, Jupiter steht für die Ausdehnung, steht für den Optimismus, für den Reichtum. Hat er also eine wunderbare Bestätigung oder sozusagen für dieses Element der Fülle. Das bedeutet, dass er auch genügend finanziellen Background hat, den er sich selbst erarbeitet hat. Aber dieser Jupiter sitzt eigentlich im achten Haus. Das achte Haus und auch das elfte Haus, dort ist Jupiter zu Hause. Und das bedeutet, auch in der Verbindung besitzt dieser Jupiter eine Verbindung zum achten Haus. Und das achte Haus, da geht es auch um nicht nur das zweite Haus, da geht es um die Finanzen, die wir uns selbst erarbeiten. Und im achten Haus geht es um Geld, das wir von anderen erhalten. Und mit Jupiter, mit dieser Opposition dort hinein, wirkt Jupiter ganz stark auch im achten Haus. Das bedeutet, er wird finanziell unterstützt im Außen. Wissen wir ein Stück weit auch von anderen Ländern, zum Beispiel der USA. Aber ebenso hat er auch eine gewisse finanzielle Fülle in seinem Leben erarbeitet. Das sind jetzt ganz wichtige Aspekte im Chart von Selensky. Und jetzt möchte ich vor allem auf diese Transite eingehen, die so so wichtig sind. Wir haben im Sommer eine ganz, ganz wichtige Konjunktion. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, das ich gerne hier oben verlinke. Und diese Konjunktion findet im Zeichen Wider statt. In seinem zwölften Haus. Das zwölfte Haus spricht übrigens immer von Dingen, die zu Ende gehen. Und in diesem zwölften Haus treffen sich im Sommer Uranus, Mars und Rahu. Rahu ist kein Planet, sondern der obere Mondknoten. Und der obere Mondknoten mit Mars in Verbindung und mit Uranus, das ist wie wenn man Öl in Feuer gießt. Eine ganz exklusive Kombination. Ich habe ein extra Video davon gemacht. Die findet dort im zwölften Haus statt. Und zwar genau auf 24 Grad. Das ist diese Achse, die dort auf 24 Grad steht. Und die Planeten, die sich dort auf 24 Grad treffen. Und wichtig ist dann, wenn wir so einen Chart betrachten, wo hat Selensky Planeten, die in 24 Grad stehen. Und er hat dort seinen Mond. Und der Mond ist in einem Chart etwas ganz Wichtiges. Es ist der sensible Bereich in unserem Chart. Es ist unser persönlichster Punkt in unserem Chart. Und der sitzt auf 24 Grad. Und zwar genau im Quadrat zu dieser Rahu-Ketu-Achse, die von seinem zwölften Haus zu seinem sechsten Haus verläuft. Und das ist gigantisch. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Verbindung, die es ihm bestimmt nicht leicht macht. Im Sommer, diese Konjunktion findet am 1. August statt. Es ist immer so, dass diese Konjunktionen auch schon davor wirken und danach wirken. Aber dort wird es für ihn wirklich ein ganz, ganz wichtiger Moment sein. Und nicht nur das. Diese 24 Grad in seinem Mond, die finden wir auch auf der anderen Seite. Und zwar genau gegenüber im Steinbock. Da hat bei 24 Grad der Krieg begonnen im Februar. Und Saturn saß dort mit Mars. Und die haben sich jetzt weiter bewegt. Aber Saturn wird rückläufig und kommt genau auf diese 24 Grad Marke zurück. Und nicht nur das. Er geht nicht nur zurück, sondern er bleibt dann dort einen Moment stationär. Die Planeten, wenn sie ihre Richtung wechseln, haben sie immer Momente, wo sie stationär bleiben. Wo sie sozusagen wie bewegungslos aussehen. Sie sind nicht wirklich bewegungslos, aber so nehmen wir es von der Erde her wahr. Und das ist wirklich mega, mega stark. Und mit dieser 24 Grad, die sozusagen im Steinbock mit Saturn passieren. Und diese 24 Grad, die genau in der Opposition zu seinem Mond stehen, kann das eine ganz, ganz kritische Situation sein. Wir haben noch einen kritischen Aspekt. Und zwar haben wir einen rückläufigen Mars. Mars wird nur alle zwei Jahre rückläufig. Und er wird rückläufig im Oktober. Und zwar in seinem zweiten Haus. Und zwar genau dort im Grunde, wo sein Jupiter sitzt. Auch das wird ein ganz, ganz kritischer Moment sein. Das wird im Oktober sein. Also Oktober, August. Im Grunde die ganze zweite Jahreshälfte ist sehr, sehr kritisch. Nicht nur für Zelensky. Dieser Chart von Zelensky steht nicht nur für ihn als Person, sondern ebenso auch immer bei den regierenden, führenden Personen für das ganze Land. Also das ist etwas ganz, ganz wichtig. Und wenn Mars rückläufig wird, dann bringt er Dinge hervor, die in verborgenen Lagen. Das rückwärtige Thema ist eben oftmals, wie auch oft in den Finsternissen, dass das Dunkle nach oben kommt. Und Mars ist die Energie, die ganz viel mit Feuer zu tun hat. Auch im zwölften Haus, diese Konjunktion, die dort im Sommer stattfindet, findet in Witter statt. Das ist ein feuriges Zeichen und steht auch in Verbindung mit Mars, dem Kriegsgott. Also keine so richtig wahnsinnig schönen Aussichten. Und jetzt wechseln wir zum Chart von Putin. Und dann ebenso noch, wo diese beiden Charts in Verbindung stehen. Ganz, ganz interessant. Jetzt komme ich zur Analyse von Wladimir Putins Chart. Er ist am 7.10.1952 geboren in Petersburg in Russland. Und er hat seinen Aszidenten in der Waage ebenso wie die Venus, sein Planetenherrscher, den er hat. Und die Venus im ersten Haus, die spricht davon, dass er sehr charmant sein kann, dass er eine gewisse Ausstrahlung hat, die gesehen wird. Er wird von anderen wahrgenommen. Und das findet in einem bestimmten Nakshatra statt, und zwar das Nakshatra Swati. Wir haben in der vedischen Astrologie in jedem Haus noch eine feinere Unterteilung, wo wir genauer energetisch analysieren können, um was für ein Thema es sich handelt. Oftmals mit bestimmten Geschichten, Mythen in Verbindung, mit bestimmten Sternen in Verbindung. Ganz, ganz interessant. Und Swati gibt energetisch die Idee mit, dass diese Menschen oftmals sehr genau wissen, wie sie andere Menschen überzeugen können, damit sie genau das bekommen, was sie wollen. Und das ist ein bisschen so diese Energie, die er auch mitbringt. Und dann haben wir sehr viele Planeten im Haus daneben, im 12. Haus. Das 12. Haus spricht normalerweise von Dingen, die zu Ende gehen. Aber ebenso auch von Kontakt zu einer Verbindung über den Horizont hinaus, und zwar zu anderen Ländern, zum Ausland mehr oder weniger. Und sehr viele Machtführer, regierungsleitende Positionen, Menschen, die dort sind, haben wichtige Planeten in ihrem 12. Haus, weil das für sie wichtig ist, in diesem Austausch mit anderen Ländern zu sein. Und im Grunde ist alles im Leben ein Stück weit energetisch vorhergeplant. Wie wir diese Energien ausspielen, das bestimmen wir. Das ist so, so wichtig. Niemals die Planeten bestimmen über uns, sondern sie zeigen uns einfach das Potenzial, dass wir uns selbst installiert haben, mehr oder weniger, weil wir das als die beste Ausrüstung gesehen haben für dieses weltliche Leben. Und deswegen haben wir die Planeten im Grunde so platziert, dass es für uns passt. Er hat dort im 12. Haus die Sonne und Saturn sehr, sehr eng aufeinander. Und die Sonne steht übrigens oftmals auch für den Vater, der Mond für die Mutter, der Mars oftmals für den Ehemann, die Venus für die Ehefrau, Jupiter für die Kinder. Und er hat die Sonne und Saturn sehr eng aufeinander. Und das bedeutet, ein gewisses Konfliktpotenzial ist dort da. Die Sonne, wie wir auch bei Selenskis gesehen haben, hat eine gewisse Strahlkraft, eine Megapower, die den anderen Planeten in ihrem direkten Umfeld mehr oder weniger überstrahlt oder, wie wir auch manchmal sagen, verbrennt. Und das bedeutet ein gewisses Konfliktpotenzial vielleicht in Bezug auf der Beziehung zu seinem Vater, vor allem wo es um den Selbstwert geht, weil die Sonne spricht ganz stark auch von unserem Selbstwert. Und Saturn und Sonne, da geht es sehr oft darum, dass wir dieses Gefühl haben, dass wir nie gut genug sind, dass wir unseren Selbstwert nicht wirklich finden. Dann haben wir hier noch Neptun und Merkur. Neptun steht ganz oft, der große Wassergott mit seinem Dreizack, für, ebenso für die Täuschung, dass wir uns täuschen lassen, aber auch eventuell, dass wir andere täuschen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und vor allem steht es unmittelbar in Verbindung mit Merkur. Merkur ist unsere Auffassungsgabe, unsere intelligente Fähigkeit, die wir haben. Und wenn Neptun und Merkur in so einer engen Verbindung stehen, dann bedeutet das, dass wir vielleicht manchmal uns täuschen lassen, dass wir vielleicht sogar Wahnvorstellungen haben. Das könnte dort zum Beispiel der Fall sein. Merkur steht dort an einer ganz, ganz wichtigen Stelle in diesen 29 Grad. Es ist übrigens die höchste Gradzahl in diesem Chart und bedeutet, es ist das Atma Karika. Und das bedeutet, dass dort die Person ihren Fokus besonders darauf hat, wie sie sich selbst wahrnimmt. Und das ist mit Merkur ihre oder seine Intelligenz. Und dieser Merkur sitzt auf einem bestimmten Fixstarr und der nennt sich Speaker. Und Speaker ist der hellste Stern. Ein ganz besonderer Leuchtpunkt. Und das bedeutet, dass dieses Thema seiner Intelligenz noch mehr Licht bekommt. Das bedeutet, dass er eine außerordentliche Fähigkeit hat, in seinen Fähigkeiten, in seinen Fähigkeiten mit seinem Verstand Dinge zu erfassen. Und Speaker kann auch manchmal darauf hindeuten, dass Dinge aus heiterem Himmel passieren, dass wir Zufälle erleben oder Dinge in Positionen kommen. Und dass vielleicht auch er deswegen Präsident geworden ist, weil er in dieser Vespika, dieser Fixstern, ihn dort unterstützt hat. Eventuell. Ebenso haben wir noch den Mond im achten Haus. Und der Mond im achten Haus spricht von Geheimnisse, von dunklen Energien, von einem Hang zur Mystik, zum Okkultismus vielleicht, den wir dort sehen. Also ein ganz, ganz interessanter Chart. Wir könnten hier noch viel, viel mehr analysieren. Aber mir geht es jetzt darum, noch in die Transite hineinzugehen, damit ihr nicht vor lauter Planeten euch der Kopf raucht. Ich habe von dieser wichtigen Konjunktion gesprochen im August. Die anderen zwei wichtigen Events, davon habe ich auch schon ein Video gemacht, die liegen schon bereits sozusagen hinter uns. Und wir haben jetzt diese ganz, ganz wichtige Konjunktion, die am 1. August stattfindet in seinem siebten Haus. Und etwas ganz Wichtiges für Putins Chart, was ihr jetzt hier nicht direkt sehen könnt, wir gehen immer alle paar Jahre in ein anderes Dasha. Und dieses Dasha ist im Grunde eine große Transformation, wo wir wieder ein anderes Lebensthema haben. Und er hat diesen Dasha-Wechsel im November 2022. Und das spürt er, das spürt er auch jetzt schon, dass da Dinge sich verändern. Und er geht von diesem Dasha in ein anderes Dasha hinein. Und das Interessante hier ist auch wieder, dass Dasha, wo dann zu Ende geht, ist der Saturn-Jupiter-Dasha. Und Saturn haben wir im zwölften Haus, Jupiter haben wir im siebten Haus. Und es sind genau acht Häuser, die die beiden sozusagen verbinden. Und wir haben in der vedischen Astrologie, arbeiten wir ganz stark auch mit der Numerologie zusammen. Ganz, ganz spannend finde ich das. Und die acht steht für Dinge, die zu Ende gehen. Und das findet im siebten Haus statt. Und das siebte Haus ist das Haus, wo es um Beziehungen geht, wo es um Ehe geht, aber ebenso auch um übrigens unsere Feinde. Ganz interessant, die Kombination, wo es um unsere Feinde geht. Und mit Jupiter, der dort am 1. August noch eine energetische Ballung dort stattfindet, mit Rahu, mit Mars und mit Uranus, die sich dort dann auf 24 Grad im Wetter befinden. Am 1. August triggern dieses siebte Haus für ihn und diesen Jupiter, der von diesem Ende spricht, von diesem Ende, von diesem Dasha. Und die sieben spricht auch von unseren Feinden, die sozusagen noch mehr Feuer, noch mehr Potenzial bekommen, wenn diese Konjunktion stattfindet, was wirklich sehr, sehr kritisch ist. So oder so sind das siebte Haus und das zweite Haus nennt man die Markerhäuser, die Killerhäuser. Und das bedeutet, wenn planetare Transite über diesen Häusern stattfinden, sieben oder zwei, dann ist es unter Umständen immer ein gefährlicher Moment. Und dazu wird das siebte Haus auch noch von Mars regiert. Und Mars ist der Kriegsgott, wo es um Aggression und Wut und Feuer geht. Und ja, also das sind keine so wirklich richtig schönen Aussichten, die dort sich zeigen. Und dort sitzt dann Jupiter auf 26 Grad. Und diese Achse mit Rahu, Mars und Uranus findet auf 24 Grad statt. Und man sagt immer so, zwischen drei Grad, in dieser Range von drei Grad, hat es große Relevanz, wenn dort Konjunktionen zusammentreffen, von Energien stattfinden. Also sehr, sehr wichtig für ihn, diese Konjunktion, die dort stattfindet. Und ebenso ganz, ganz wichtig, er hat seine Rahu-Ketu-Achse genau auf Steinbock und auf Krebs. Und in Steinbock auf 26 Grad. Dort in Steinbock war Saturn ja auf 24 Grad zum Kriegsbeginn. Und dann ist Saturn weitergewandelt über die 26 Grad. Weiter 28 Grad hatten wir dann am 4. und 5. April, was das zweite große, wichtige Event war in diesem Jahr. Und Saturn wird wieder rückläufig. Der ist jetzt im Wassermann. Dort unterstützt er uns gerade und die ganze Menschheit, jetzt vor allem im Mai, und geht dann aber wieder zurück in den Steinbock. Wieder genau auf 24 Grad, wo er stand, zu Kriegsbeginn. Und das, da geht er einmal drüber, dann geht er wieder zurück und geht nochmal drüber, dreimal über seinen Rahu. Rahu ist kein Planet, sondern eben dieser Mondknotenpunkt. Und das ist ein ganz, ganz großer Trigger, der ebenso stattfindet. Und diese Mondknotenaxis, die ist ja immer genau gegenüberliegend, hat er seinen Ketu, seinen Ketu auf 26 Grad. Und dort auf 24 Grad, wenn wir jetzt Selenskis Chart mit drauflegen, dann liegt sein Ketu, der dann vor allem angefeuert wird, nochmal im Oktober, wenn Saturn rückläufig wird und nochmal in diese Gradstellung kommt, im Steinbock, das wird seinen Ketu auch anfeuern. Und der sitzt genau auf dem Mond von Selensky. Und der Mond ist der sensibelste, wichtigste Bereich, den wir in unserem Chart haben. Sehr, sehr spannend. Ich möchte da keine weiteren Prognosen machen, was das genau wirklich für all die beiden bedeutet. Aber im Grunde sieht es für alle beide nicht wirklich rosig aus. Besonders für Putin. Ganz, ganz schwierig mit diesen ganzen Energien im siebten Haus, mit diesem Dasha-Wechsel, den er hat, mit diesen 24 Grad am 1. August und dann im Oktober nochmals, wenn Saturn rückläufig wird, dieses Thema nochmals nach vorne kommt. Es bedeutet auch für uns, uns alle insgesamt, dass das Thema Krieg uns wahrscheinlich noch erhalten bleibt. Erhalten bleibt noch mindestens bis Oktober. Und dass es sich eventuell noch steigern kann. Aber es muss nicht im Grunde so sein. Aber was wir auf jeden Fall erleben werden, ich habe schon in einem meiner letzten Videos davon gesprochen, die Positionen unserer Machtführer werden sich verändern. Absolut. Die Energien sind so stark, vor allem bei Putin, bei Selenskyj werden wir sehen, wie sich das genau ausspielt, dass das Auswirkungen haben wird. Und mir geht es nicht darum zu sagen, der eine ist der Gute und der andere ist der Schlechte. Darum geht es mir gar nicht. Es sind zwei Personen, jeder versucht in seinem Leben irgendwo das Beste aus seinem Leben zu machen, so krumm er sich anhört. Aber im Grunde ist es immer so. Und mir geht es nicht darum zu werden und zu sagen, der eine ist der Gute und der andere ist der Schlechte. Krieg ist keine Lösung. Niemals. Für niemanden. Feuer gegen Feuer. Feuer hilft niemals. Bringt keine Ergebnisse. Das müssen wir lernen zu verstehen. Und manchmal brauchen wir solche extreme Situationen, um es zu lernen. Wir vielleicht nicht mehr. Und von diesem Wir spreche ich Leute, die schon ein gewisses Grad an Erwachen erlebt haben und um diese Dinge wissen. Aber es gibt eben noch viele Menschen, die das noch nicht wirklich erkennen und immer noch ganz stark in dieser Polarität leben. Und jetzt vielleicht dadurch erkennen können, dass wir das nicht mehr brauchen. Dass wir das nicht mehr brauchen, um zu wachsen, um zu lernen und es auch nicht mehr wählen müssen. Dass wenn wir nicht mit diesem Krieg in Resonanz gehen, dieser Krieg nicht für unser Leben entscheidend sein wird. Und in dieser neuen Zeit, in die wir hineingehen, dürfen wir diese alten Ideen ablegen. Wir müssen sie ablegen. Und das ist jetzt so wichtig. Es kommt jetzt alles auf den Tisch. Wir haben ein großes Jahr der Transformation. Aber was ich auch weiß, dass die Sonne wieder am Horizont aufgehen wird. Für uns alle. Wir sind alle ewige, unendliche Wesen. Egal, wie manche Menschen das gerade, auch wie extrem sie es gerade erleben. Wir sind mit ihnen, wir fühlen sie, wir spüren sie. Und teile dieses Video gerne mit anderen Menschen, wenn du glaubst, es kann auch ihnen helfen, die Dinge für sie ein bisschen zu erklären und deutlicher zu machen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Namaste.